Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real, sagte einst Pablo Picasso. Und tatsächlich, der Mensch hat in den vergangenen Jahrtausenden Bemerkenswertes erschaffen. Aus unseren Gedanken wurden Visionen, die zu grossartigen Meisterwerken geschmiedet wurden. Unsere Vorstellungskraft durchstreift einen Kosmos aus Träumen und erschafft dabei einzigartige Werke voller Wunder. Unsere Ideen beflügelten uns Eisen zu formen, machten uns den Wind zunutze und lernten sogar Atome zu spalten. Wir sehen zu den Sternen und können Millionen von Jahren in die Vergangenheit blicken. Mit der Kraft des Geistes scheint dem Menschen nichts unmöglich. Und solange wir unseren Gedanken Raum zur Entfaltung geben, solange können wir alles schaffen. Einfach alles. Nicht jede Idee ist ein Meisterwerk. Doch die nächste folgt bestimmt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020